Das war gestern mit der Plan der Isar. Das muss irgendwann irgendwann mal sein. So geil! Das ist wie ein Urwald. Wir haben ein bisschen noch mal zu sehen. Ich beide eigentlich nicht viel, aber noch mal zur Zwischenzeit. Also, äh, das ist auch der Isar. ... aber dann fängt es noch zu sehen, was wir erst sehen. Und ich bin in Klauch. Dann fängt die Räume auf. Hier sind Zaccafani, die Räume übereinander und die Schaffeehaus². Die Isarau. Das ist der Schwerer. Sehr gut. Vielen Dank.